Der hat mich aber echt gut gekombot. Na gut, der hat mich einmal so zweimal mit voll aufgeladenem Schlag von hinten genommen also. Okay, das klang ein bisschen falsch. Das klang jetzt falsch. Ähm, ja. It's time for the culling. Man, man kann das echt nicht mehr lesen mit dem. Was? Ähm, mit dieser Einverständniserklärung. Dieses, diese lange Tafel. Doch, ich kann's lesen. So werden Menschen behandelt. Man sperrt sie in Käfige, lässt sie dann raus. Hast du aber super ausgedacht. Ja, ich weiß, danke. Äh, was spielen wir jetzt? Klassik. Nice. Weiß nicht, grad macht's Bock. Grad sind die Schlechten unterwegs. Wie kann man die abfacken, weißt du? Die Schlechten sind unterwegs und nach drei Sekunden stirbst du. Wieso ich? Naja, weil du's gesagt hast. Karma. Es ist ne Tatsache. Okay. Ah, ist ne Tatsache. Da, da, da existiert kein Karma. Doch. Ich darf mal zu dir. Okay. Oder soll ich mal auf Menschenjagd gehen? Bist du nicht Axt-Typ? Ja. Ein Butterlongs. Oh, das würde ich gerne mitnehmen. Aber ob ich die Axt mag? Das weiß ich nicht. Ja, ich hab ne Axt. Ich hab hier die Labs. Also da, diese komische drei Häuser. Da, diese komische drei Häuser. So. Okay, dann kann ich die ja hier hinschmeißen. Du kommst ja sowieso hier vorbei. Hoffe ich. Ja. Ich seh dich. Hier ist ein Messer. Nice. Nehme ich. Da schmeiß ich auch hier hin. Ich schmeiß mal alles so in die Mitte. Ab für Muscleman würde ich gern mitnehmen. Boah, ich find die Pfützen echt geil. Silence but Deadly, das hau ich mir einfach rein. Das wird nicht verkauft. Dieses Spiel ist echt geil. Immer doch. Ne, das sind die Pfützen hier. Ähm, ich hab ein Blade, wenn du willst. Was für ein Blade? Ähm, so eine Machete. Ne, ich hab schon ein kleines Messer. Irgendwie wechselt ab und zu meine Maus einfach den Slot. Einfach so, obwohl ich nicht ans Mausrad kam. Ähm, wie viel Platz hast du? Ich hab einen Inventarplatz. Ich hätte meinen Tracker, deswegen. Soll ich's hier hinschmeißen? Ja. Ich schmeiß hier runter. Ja. Warte da drüben. Das Blade noch weg. Hast gehört? Wo's eingeschlagen ist? Okay, ich komm zu dir. Bei diesem Eingang. Oh, gut. Es ist in die Wand gebackt, aber ich hab's noch gesehen. Wenigstens nicht im Boden. Wie die anderen Male. Okay, wollen wir? Sachen verschwinden einfach so. Magic. Ja, dieser Bug, der regt mich echt auf. Wenn ich den hab, natürlich. Aber wenn ich ihn habe, dann nicht, oder? Doch. Wenn du mein Team bist. Ah, okay. Versteh schon. So läuft der Hase. Da ist er. Da ist er. Das ist ein Team. Das ist ein Team. Ist das ein Team? Ja, ich hab ihn getroffen. Das ist ein Team, was gejagt wird. Lass mal auf das hintere Team rein. Okay, der rennt weg. Fall mal auf ihn. Der hat sich gesplittet. Okay, lass, lass, lass. Junge, das wird nichts mehr. Okay. Alter, meine Maus wackelt einfach. Ne, ich krieg ihn hin. Du schaffst das? Ja. Alter, was ist denn das? Nein, der hat hier scheiß Angry Oktopus. Ich hab noch einen. Ich hab drei. Ich hab ihn. Ich hab drei Leute gemacht. Was? Ja. Ich hab alle drei gemacht. Hat der ein Backpack gehabt? Ja, meiner hat mich blind gemacht. Dann konnte ich ihn nicht killen. Ähm. Nimm dir einfach, was du willst. Der hat aber eigentlich ganz schön gut gespielt. Boah, das war eine Runde, Alter. Ich hab einfach geboxt. Fand ich. Bis ich gar nicht mehr konnte. Was? Der hat, der hat ganz schön gut... Was? Was ist das denn? Heb mal diese Alarmgun auf. Ja. Was passiert? Oh man, das ist ein guter Bug. Oh. Okay. Ja. Man kann damit noch schießen. Guck mal. Das du's. Mhm. Ähm. Ich brauch noch 10 Funk. Also, obwohl... Oh. Dankeschön. Das war aus Versehen. Ja. Ich verzeihe dir sofort. Wenn du das sagst. Du kannst ja... Du kannst dir ja alles, ähm... So, ich hab 100, ähm... Funk. Ich kann meinen Airdorf rufen. Ich hab 167. Dass du sofort deinen Airdorf rufen kannst. Das ist krass. Soll ich dir eine Rüstung craften? Ähm. Hätte ich auch selber machen können. Also, mach ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich meinen Airdorf... Okay. Warte mal. Hier wird grad ein Airdorf geruft. Wirklich? Ja. Ich bin direkt daneben. Ich komme. Ah ne. Das ist der, ähm... Was? Das ist das Event. Ach so. Dann gehen wir dort hin, oder? Das ist kacke. Äh. Gold Rush. Wollen wir machen? Ähm. Ja. Können wir gerne machen. Gut. Lass da hin. Oder? Da in der Mitte sind ja sowieso immer... Bin mir voll unsicher. Komm, lass den rennen. Renn einfach hin. Ähm. Das ist halt, ähm... Mit dem Feuerwerk... Das ist, äh... Da halt anlocken, Spieler. Damit sie halt wissen, wo das, ähm... Wo der Random Airdorf ist. Weißt du? Sonst renn du mal in die Mitte, ich guck kurz hier hin. Nein, komm mal mit in die Mitte, wenn dein Zweierteam lungert. Hier... Ne, das bist du. Ja. Äh, es scheint wohl... Ist das schon offen? Ne, das ist... Ne, ne, ne. Gut, dann lass die Krober suchen. Hä? Ah, hier kämpfen die, hier kämpfen die. Komm, renn hin. Wo? Ah, ich seh sie. Links von dir. Ne, ne, rechts. Das sind die Schle... Du bist jetzt so weit weg, oh Gott. Macht nichts, ich will mir den einen holen. Hast du das? Ja, ich schmeiß mir grad alle Spritzen rein. Okay. Soll ich hier einfach meinen AirDrop holen? Ich hätte schon verlangen danach. Komm, ich mach das jetzt. Wirklich? Ja, scheiß drauf. Alle kämpfen, dann kommen sie vielleicht hier hin. Okay. Seh ihn, ich seh ihn. Ah, ich seh ihn auch. Okay. Oh, sorry. Mann, dass du dich immer dahin drehst. Jetzt hab ich keine Waffe mehr. Ich will den killen. Oh, Mann. Hat der die Krober? Wir... Wir haben... Wir müssen uns jetzt nicht mehr beeilen, die zu öffnen. Ja. Ähm, hier hast du noch Spritzen, wenn du welche brauchst. Ich bin irgendwie... Die darf jetzt nicht im Boden backen. Gib mir mal die Krober. Warte, ich will sie ganz sachte zu dir hinwerfen. Danke. Warte, ich werf kurz das ab. Okay, weil mit der Krober kann man jetzt... Dass das einfach durch diesen scheiß AirDrop fliegt. Also... Ja. Der Speer. Ja. Ich hab den voll getroffen. So. Brauchst du noch einen AirDrop? Äh, äh... Backpack, meine ich? Nee, brauche ich nicht. Okay. Ich mach mir jetzt Rüstung. Ja. Können wir gleich schon zu den anderen hingehen. Also, ich würd gern jetzt noch einen killen. Weil... Das ist auch der letzte, ne? Oh, es leben noch voll viele. Mach mal die... Mach mal diese Kiste auf. Ja, mach ich. Ist da die Kettensäge drin, oder...? Ja, klar. Dreimal raufschlagen. Okay. Wie gesagt. Ich möchte aber zusehen. Okay. Dieses Event hatte ich bloß noch einmal erleben können. Oh. Was Besonderes. Mach mal das Ritual. Ich sehe die von uns. Welche? Oh. Okay. Willst du die? Nee. Ach, ich weiß nicht, was ich weglegen soll. Du darfst halt nicht von zwei gecombot werden. Hier, komm, komm. Ja, das ist nice eigentlich. Backstep. Ja. Jetzt hab ich kein Messer mehr. Genau. Da. Da drüben. Lass ihn. Die kämpfen sogar. Schnell. Explosive Runs. Hast du? Ja, ich hab ihn. Hey, du kannst nicht die Motorsäge aktivieren. Hab ihn. Hä, wo ist jetzt meine... Ah, da. Warte, ich stun ihn für dich. Ja, mach mal. Ich komm grad zu dir hin. Warte, hilf hinten. Mach. Aber irgendwie machst du zwei Schaden. Ähm, pro Millisekunde. Ach so. Oh, sorry. Mach dir ja nichts aus. Da braucht noch einer. Los, jetzt beginnt erst die Jagd. Ah, ich lass die Kettenbiege gerne mal laufen. Ach, wo sind die kleinen... Du rauchst mich schön ein. Wo ist dein? Oh, ist das geil. Das ist echt spannend. Alles klar. Okay, wo sind die? Weiß ich nicht. Oh, Stille. Endlich mal Stille. Alter, der Typ, der hat auch nicht geblockt, ne? Ich hab die ganze Zeit einfach nur raufgeschlagen. Warte mal, kann ich holen? Och man, mir fehlen fucking 10 Funk. Okay, der letzte müsste ich irgendwo sein. Wie viel Funk hast du? Ich hör ihn. Ah, ich seh ihn auch. Da vorne. Hallo. Ah, die sind einzeln. Und ich hab natürlich kein... Willst du? Ja, gern. Willst du ihn haben? Ich will den... Nächsten. Nächsten haben? Okay. Kriegst du. Warte. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Warte! Ich bin schon unterwegs, Alter. Oh, getroffen. Oh, Mann. Warte, lass mich ihn. Lass mich ihn. Junge, ich möchte ihn kommen. Du kriegst ihn. Lass euch mal bei Trämpfen. Ja, danke. Warte. Biubiuuuu. Und ich ersticke grad. Geil. Alter. Bei mir ist grad hier Drogenparty oder so. Lol. Du bist noch gestorben. Hahaha. Aber Victory. Ja. Bei mir sagt... Loil. Pfff. Okay. Oh, Mann. Haben das jetzt mit Absprache? Weiß ihn nicht. Nee. Ich mach das. So wie ich den will, okay? Irgendwann random. Ja. Da steht's, ähm, call me. Das ist so ein roter Button. Kennst das sicher? Ja. Ähm, kennst du diesen Training-Round? Ähm, nein. Da kannst du, hast du hinter dir in der Wand diesen Button und dann kannst du die ganze Zeit E drücken. Mhm. Also draufdrücken und dann macht das irgendwelche komischen Geräusche, immer ab und zu solche, ähm, Zuggeräusche, mal so ne Hupe und ja, was sonst auch gibt. Aber diese Button sehen aus, als würde man, wenn man draufklicken würde oder draufdrücken würde, würde irgendwas explodieren. Ne, irgendwie so ein Alarm angehen. Weiß ich nicht. Ja, könnte auch sein. So Feueralarm oder so. Oder das ist der Button für die Dusche. Und für den Entertainment, ähm, shit. Wegen den ganzen Monitoren. Mhm. Oder haben die schon Touch? Wollen wir uns wieder in die Mette campen? Achja, wir spielen ja jetzt Lightning. Ich bin grad voll... Irritiert? Hast du überhaupt den Airdrop geholt? Ja. Ja, klar, klar. Okay. Hoffentlich, ähm, kriegen auch die Gegner diesen Airdrop, weil das wär ein bisschen kacke, wenn nicht. Weil die meisten laufen einfach los. Weil die halt neu in diesem Spiel sind und sie wissen nicht, was Lightning ist. Mhm. So. Ja, da drüben ist schon der erste. Freekiss. Mhm. Rechts von mir, also für dich links. Und der rennt grad zur Mitte. Ach, von mir rechts? Oder links? Ja, rechts an diesem Haus. Ich hoffe, ich sehe ihn. Geh mal auf ihn, Frau. Ich hasse das. Okay, ich komm zu dir auf jeden Fall schon mal. Schaffst du ihn gut? Mhm, geht so. Der blockt sehr gut. Da kommt, glaub ich, sein Maid oder nicht. Pass auf, von hinten. Spring mal hier rüber. Ja, das ist sein Maid. Renn doch nicht von mir weg, Alter. Ach so. Du kämpfst gerade gegen die? Ja. Oh sorry, ich hab dich geschlagen auszusehen. Willst du den? Hast du wieder volle Leben. Nee, egal. Mal. Lol. Du hast noch ne Spritze, gell? Hast du? Hast du? Hast du? Schmeiß, schmeiß dein Ding. No. Warte, ich schmeiß noch mal. Ich schmeiß ihn noch mal. Ja, mach. Mach. Schmeiß noch mal. Wir lassen sie ausbluten. Warte, ich mach kurz. So Schweine. Der hat mich aber echt gut gekombot. Na gut, der hat mich einmal so zweimal mit voll aufgeladenen Schlag von hinten genommen, also. Okay, das klang ein bisschen falsch. Das klang jetzt falsch. Ähm, ja. Gut. Ich sag mal nichts. Also ich hab sechs Traps. Wollen wir Traps einfach platzieren? Irgendwie auf der Map verteilt wäre mal geil. Dann rennt's einfach überall hin und alle kriegen Ge... Lass das machen. Aber in die ungefähr... Wie in der Mitte so. Äh, wieso lege ich grad mir Rüstung an, obwohl ich eigentlich noch genauso viel hab, wenn ich's anleg. Ich hab keinen Plan. Okay, Reserve halt, ne? Ja. Ich mach's einfach in der Mitte einmal kurz. Ja, mach das. So drei Stück. Dann mach ich's ja irgendwie verteilt. Und jetzt sind noch ein paar Gebüsche und so und das ist eigentlich richtig gut. Drei Stück in der Mitte. Ich hab alles in der Mitte. Die anderen mach ich jetzt auf der anderen Seite. Bei der Mess-Hall und so. Okay. Kannst du gerne machen. Aber ich glaube... Äh, die sind wir ja kaum. Im Schatten. Okay, es gibt nur noch ein Team. Jetzt komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ich seh. Ja. Wo siehst du hier irgendwo eine Falle? Ähm... Ganz schwer. Ganz schwer. Hä? Nein, warte. Da, da, da. Ja. Nicht draufschlagen, Junge. Sonst machst du's kaputt. Hab ich nicht. Ist okay. Hast du grad draufgeschlagen? Nein. Das will ich nicht tun. Du kennst mich doch. Lüg mich nicht an. Alter, man kann auf den Stein. Das muss ich kurz ausprobieren. Oh. Okay. Ich muss es jetzt ausprobieren. Tut mir leid, dass ich es so verschwendet hab. Ja. Geh mal in die Mitte, komm. Ich glaub, ich hol mir nochmal einen zweiten Hammer. Einfach um zu werfen. Auch wenn die Scheiße zum Werfen sind. Aber werfen ist gut. Hey, ich kann die nicht mal zerstören. Wo ist der Typ? Was ist da? Wo ist der Typ? Ne, ähm, ich mein dieser eine Typ. Aber da drüben ist... Da war grad jemand AFK. Okay. Der ist grad durch'n Gast gestorben. Aber sein Team... Player ist ja eben noch hier. Hoffe ich mal. Äh, sind wir nur zu... Sechs? Ja, nur noch zu dritt. Ja. Mal ne kleine Runde. Aber macht ja nichts. Also schaffst du den Jump hier? Geh mal weg. Welcher Jump? Den da. Warte. Warte. Es würde man fliegen. Wollen wir einfach in der Mitte warten oder so, oder? Ich weiß nicht. Ich glaub, der wird sich in dem Haus verstecken. Ja, aber das Gas kommt ja. Ich würd so gern Team Shed haben. Piu piu. Oh. Was? Was? Oh mein Gott. Scheiße. Warte mal. Ich hab grad nen Bug. Ich hab grad nen Bug. Ich hab grad nen Bug. Machen. Okay. Nicht so weit. Ich kann nicht. Warte. Okay. Was ist passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist jetzt voll verwirrend. Okay. Ähm. Mein ganzer Bildschirm. Warte mal. Ich muss mich so falsch rum rum drehen. Leute. Es tut mir leid, dass ich so spiel. Aber mein Bildschirm ist irgendwie falsch. Aber mein Bildschirm ist irgendwie falsch. rum gegangen. Alter. Scheiße, Mann. Ich kann nicht so kämpfen, Mann. Mir wird voll schwindelig. Er ist in den Traps gegangen. Er war in den Traps. Mir ist voll schwindelig, Alter. Alter, wenn ich den noch krieg. Oh, scheiße. Sorry. Ich kann nicht so gut werfen mit dem. Mir wird voll schwindelig, Alter. Ich hoffe, man sieht das auf der Aufnahme. Ne, müsste man eigentlich. Warte. Das war's von der Culling. Ich hoffe. Oh, oh. Hab ich's geschafft? Ja. Ja. Ich hab die normale Ansicht wieder. Das war's von der Culling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch gerne beim anderen vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja. Ja. Wenn es wieder heißt. Deadman Eleven Spiel. Deadman, schau zu. Oh Mann. Oh, das war gerade ein bisschen crazy. Abaix. Ciao. Für die nächste Woche, tschau. mentar